Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch der Sprüche. Wir haben heute das Thema des Umgangs mit dem Streit. Eines der schlimmsten und schwierigsten Dinge, die der Mensch in seinem Leben zu bewältigen hat, ist der Umgang mit Streit, der Umgang mit Konflikten. Sicherlich gibt es unterschiedliche Streitanlässe, unterschiedliche Konfliktsituationen. Dennoch ist es entscheidend zu wissen, wie muss ich umgehen, wenn Streit aufkommt. Man ist nicht immer derjenige, der den Streit sucht, aber man ist häufig derjenige, der in den Streit hineinfällt. Und wer in den Streit hineinfällt und anfängt zu kämpfen, der ist immer ein Verlierer. Deshalb ist es ganz entscheidend, wenn wir Weisheit lernen, dass wir ablassen vom Streit. Der Streit ist etwas Zerstörerisches und er ist nicht etwas, was heilsam ist. Deshalb haben wir in den Sprüchen viele Texte, die uns davon sprechen und uns ermahnen und uns lehren, dass wir nicht streiten sollen. Der Streit ist ein Irrtum. Jeder, der in ihn hineinfällt, der kommt in eine Not. Und deshalb haben wir hier in Sprüche 17, den Vers 14, einen Streit anfangen, ist, als ob man Wasser entfesselt. Und da muss man sich an den Damm denken. Wenn man plötzlich, wenn ein Damm reißt, dann entfesseln sich die Fluten. Dann kommt es zu einer furchtbaren Überschwemmung. Darum lass ab vom Zank, ehe er heftig wird. Für mich ist es wichtig, dass wir den Prozess verstehen, der in unserem Geist stattfindet, wenn wir in einen Streit hinein gelangen. Und um diesen Prozess zu erklären, ist es entscheidend, weil meine Patienten und die Krankheiten, die wir so als Menschen haben, aus einem Streit entstehen. Es gibt nichts krankmachenderes wie der Streit. Es gibt nichts krankmachenderes wie der Konflikt. Natürlich kann der ein Innerer sein mit einer Situation, mit der man richtig zurechtkommt. Er kann einer mit Personen sein. Er kann sogar handgreiflich werden. Er kann vor Gericht führen. Er kann alle möglichen Formen haben. Aber letztendlich gibt es für den Streit nur eine Wurzel. Und die Wurzel ist der Irrtum in unserem Geist. Es ist unsere sündige Natur, das falsche Auge, das böse Auge. Es ist das Ich, der alte Mensch, aus dem der Streit kommt und der in einen Streit hineingeht. So, lasst uns ein wenig betrachten, wie ein Streit in unserem Geist entsteht und wo dieser Irrtum ist. Wir haben gesehen, dass wir in unserem Geist eine Entscheidungsfähigkeit haben. Wir müssen unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und ein Streit ist, ja, gekennzeichnet zwischen diesen zwei Polen. Man möchte vielleicht auf der einen Seite, ist man und streitet man immer gegen das Böse, weil man denkt, man hat Recht und man will seinen Punkt durchbringen. So, der Streit entsteht aufgrund eines Irrtums, der sich mit Dingen beschäftigt, die an sich gut sind, aber in der Handlungsweise sind sie schlecht. Vielleicht gehen wir das noch einmal durch, damit wir uns klar unterscheiden können, wie ein Streit entsteht und wie wir im Streit siegen können. Das heißt, uns nicht kaputt machen, unser Leben nicht zerstören. Wir haben in unserem Geiste klare Bedürfnisse. Der Geist hat klare Bedürfnisse. Er muss diese Bedürfnisse befriedigen. Und so hat er das Bedürfnis nach Recht oder nach Gerechtigkeit. Und er kann auch unterscheiden, wenn jemand richtig handelt, wenn jemand schlecht handelt. Er hat das Bedürfnis nach Frieden, wenn man so will. Alle hat das Bedürfnis nach Freiheit. Und wenn man sich so die Kämpfe der Menschen anschaut, dann sind sie meist, also sind sie immer, nicht meistens, gepaart mit einer guten Absicht. Sie wollen das Gute. Sie sind nicht primär im Menschen, sage ich jetzt mal, so getan, dass sie das Böse von vornherein wollen. Man mag da so hinkommen und so gefallen sein, dass man das dann ganz, dass man wirklich was Böses will. Aber die meisten Menschen sind in einem Streit, weil sie das Gute wollen. Weil sie die Bedürfnisse, die sie haben, befriedigt haben möchten. Und denken, dass jemand sie ihnen streitig machen könnte. Und hier kommt der entscheidende Punkt, wo man in den Streit fällt. Wo man zwei Dinge nicht unterscheiden kann voneinander. Einmal die Sache selbst und einmal mich als Person. So, ich habe dieses Bedürfnis und jetzt hat mein Geist eine Information, wie dieses Bedürfnis gestillt werden soll. Und wir haben diese Information in uns. Wir wissen, dieses blinde Auge sagt uns, diese Dinge müssen dir die anderen erfüllen. Andere müssen dir deine Bedürfnisse befriedigen oder erfüllen. Damit, mit dieser Sicht der Dinge, ist der Streit vorprogrammiert. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Weil andere Menschen sind fehlerhaft. Sie sind nicht immer freiheitgebend. Sie sind nicht immer friedlich. Sie handeln nicht immer gerecht. Sie reden nicht immer die Wahrheit. So, wenn andere dazu da sind, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, dann müssen wir letztendlich mit ihnen streiten. Und so streiten wir um gute Dinge willen, um unsere Bedürfnisse willen, erkennen aber nicht, dass wir betrogen sind. Wir erkennen nicht, dass das nicht geht, dass das nicht stimmt. Ja, unsere Bedürfnisse kommen von außen. Wir müssen sie von außen bringen und selber erfüllen. Aber sie liegen nicht in den Taten der anderen. Sie sind nicht abhängig von unseren Mitmenschen. So, ich würde sagen, der grundsätzlichen Streit, in dem wir sind, ist der Streit, wo wir sehen, dass andere unsere Bedürfnisse nicht befriedigen. Und so gehen wir in diesen Streit hinein und sind unzufrieden und leiden und wissen nicht, dass wir leiden, aufgrund eines Irrtums unseres Geistes. Ich möchte sagen, dass jeder Streit oder bei jedem der Streit anfängt, weil manchmal ist man in einen Streit hineingebracht, ohne dass man es will. Wenn ich daran denke, wie die Sünde entstand im Himmel, so wurde wurde Gott in diesen Streit hineingezogen, nicht weil er es wollte, nicht weil ihn angezettelt hat, sondern er kam von Satan. Aber die Art und Weise, wie Gott mit dem Streit umgeht, ist ein Erhabener, einer, der uns lehrt, wie auch wir mit denen umgehen müssen, die uns zum Streit herausfordern. Ja, es gibt einige Dinge, die wir hier beachten müssen, wenn wir von Streit sprechen, aber gehen wir jetzt zunächst die persönliche Ebene an und kommen dann auf die sachliche und auf die der Autoritätsebene. So, die Menschen kommen persönlich in einen Streit, weil jemand will, dass sie ihm seine Bedürfnisse befriedigen. Ich bin unzufrieden mit meiner Frau, weil sie nicht das ist, was ich mir vorstelle. Meine Frau ist unzufrieden mit mir, weil ich nicht das bin, was sie sich vorstellt, nicht ihren Bedürfnissen, dem, was sie denkt, sie braucht, entspricht. Der Sohn ist unzufrieden mit seiner Mutter oder der Tochter, weil die Mutter nicht streichelt, weil die Mutter nicht liebungsliebevoll ist, weil sie nicht das ist, was man sich so vorstellt. Man will, dass die Kinder im Leben Erfolg haben und die Mütter und die Väter streiten mit ihren Kindern, die erwachsen sind, weil sie möchten, dass die im Leben es gut haben, aber die wählen einen anderen Weg zu gehen und so ist der Streit da und er zermürbt beide Parteien. Alle diese Streitereien, die am allerüblichsten und am allerhäufigsten sind, kommen und sind da, weil der Mensch denkt, ein anderer muss ihm seine Bedürfnisse befriedigen. Und je größer er sein Bedürfnismangel ist, umso stärker bricht der Streit aus, hängt auch ein bisschen davon ab, was man so mitbekommen hat an nervösem Potenzial, dass man Kraft aufwendet. Nicht jeder reagiert gleich im Streit, aber so mancher reagiert tatsächlich so, wie wenn ein Wasserdamm bricht und dann ist nichts mehr zu halten. Und das alles nur, weil er sich irrt in seinem Inneren, in der Sache. Weil er sich nicht irrt von dem, was er selber denkt. Deshalb möchte ich hier schon einen Lösungsansatz für unsere Streitereien haben. Wer und wie muss ein Streit beendet werden? Auf der inneren Ebene, auf der persönlichen Ebene. Wie muss das geschehen? Wenn unsere Streitereien die Folge eines Irrtums unseres Geistes sind, dann müssen wir nur eine Sache verändern, damit der Streit aufhört in uns. Und das ist uns selbst. Im Streitfall will man immer den anderen ändern, weil man denkt, der andere ist das Problem. Aber ich möchte das deutlich machen in unserem Streit, der uns kaputt macht, wo wir unzufrieden sind mit anderen Menschen. Dieser Streit ist ein Irrtum unseres eigenen Geistes. Es mag sein auch ein Irrtum des anderen Geistes, aber wenn ein anderer mit mir streitet, kann ich dennoch im Frieden sein. Ich kann dennoch erhaben stehen über der Situation, wenn in meinem Geist der Irrtum nicht mehr ist. So, wenn in meinem Geist Klarheit herrscht, die Wahrheit herrscht, dann ist für mich der Streit beendet. Deshalb ist im Umgang mit Streit das Erste, was ich wissen muss. Im Streit selbst muss ich nur mich ändern. Und das ist es, was entscheidend ist. Der Streit ist schädlich, weil ich will, dass ein anderer mein Bedürfnis befriedigt, weil ich will, dass ein anderer Recht handelt, weil ich will, dass ein anderer die Wahrheit spricht, weil ich will, dass ein anderer friedlich ist, weil ich will, dass ein anderer mir die Freiheit gibt. Es sind immer Forderungen, die hinter dem Streit stehen. Und da ich nichts tun kann für jemand anderes Anforderungen an mich, die dürfen sein, wie sie wollen, habe ich keinen Irrtum in mir, dass der andere anders sein muss, wie er ist. Dann streite ich nicht mehr. Dann bin ich aus dem Streit, der mich zerstört, draußen. Dann bin ich frei. So, Strategien oder wie muss ich Streit, der Umgang mit Streit. Im Umgang mit Streit muss ich wissen, dass ich Wenn ich streite, wenn ich Ärger habe, mich ärgere über den anderen, dann bin ich Wenn ich mich ärgere über den anderen, und hier möchte ich das spezifisch machen, wir werden sehen, Wir dürfen uns über eine Sache ärgern. Das macht uns nicht krank. Und da hat uns Gott auch so gemacht, dass wir eine Haltung haben gegenüber dem Bösen. Wir müssen es hassen. Wir dürfen uns ärgern, dass es das Böse gibt. Aber dieser Ärger ist nicht zerstörerisch. Er führt mich auch nicht zu einem Streit mit den anderen, sondern er führt mich dahin zu schauen, wie kann ich helfen, dass der andere aus seiner Not herauskommt. Wenn ich streite, mich ärgere über den anderen, bin ich im Irrtum. Es ist ganz wichtig, bin ich im Irrtum. Also wäre die erste Strategie im Streit, mich aus dem Irrtum herauszuholen. Solange ich hier angreifbar bin, dass man mich ärgert, solange bin ich im eigenen Irrtum. Ich glaube etwas, was nicht stimmt. So muss ich also im Streitfall, wenn ich mich über andere ärgere, muss ich an mir selber arbeiten. Ich bin das Problem im Streit. Ich möchte ein Beispiel geben. Ein Vater hat eine 14-jährige Tochter und diese Tochter macht Dinge in der Schule, die nicht gut sind. Und sie wird aus der Schule entfernt. Sie muss sich jetzt eine andere Schule suchen. Der Vater denkt, die Tochter stellt ihn dar. Also muss er automatisch mit der Tochter streiten. Er sieht seine Ehre als die Verletzten. Und so denkt er nach, wie kann er die Tochter bestrafen oder wie kann er ihr Konsequenzen geben, weil er sich in seiner eigenen Ehre als Vater letztendlich gedemütigt oder herabgewürdigt sieht. Ist das etwas, was üblich ist? Ein Mensch erkennt nicht an, wenn er das Übel des Anderen beurteilt, dass letztendlich er es persönlich nimmt. Und durch das, dass der Vater denkt, die Tochter tut ihm etwas Übels an und sagt, warum hast du mir das angetan, so handelt er nicht aus Liebe heraus, sondern aus dem Irrtum seines Geistes. Wird der Streit aufhören oder wird der Streit weitergehen? Der Streit wird weitergehen. Und es ist ein Machtkampf dann zwischen Vater und Tochter, weil jeder sucht die Befriedigung seiner Bedürfnisse. Jeder muss ja das haben, was er braucht, aber er denkt, der andere muss es ihm befriedigen. Und so sind beide im Irrtum, aber ich würde sagen, wer ist mehr im Irrtum? Der Vater ist mehr im Irrtum. Er muss es sein, der sagt, okay, mein Mädchen hat ein Problem, aber ich habe dadurch kein Problem. Das ist leicht. Meine Tochter hat ein Problem, aber ich habe damit kein Problem. Ich muss mich damit auseinandersetzen, aber es ist nicht meine Sache. So der Vater muss erkennen, dass er in dieser Denkweise verirrt ist und dass er das, was die Tochter tut, gegen ihn selbst gerichtet sieht. Dann muss er als gemacht, um Verlust zu vermeiden, muss er dagegen kämpfen und dann wird ihn das letztendlich kaputt machen. Und im Streit leiden immer beide. Deshalb ist es so schön, dass Jesus sagt, eine selige Preisung. Er sagt, selig sind die Friedfertigen. Und im Jakobus haben wir gelernt, dass die Frucht der Gerechtigkeit gesät wird in Frieden, für die, die Frieden halten. Ich habe auf Erden nicht gesehen, dass Jesus für sich etwas tut, dass Jesus kämpft und denkt, die Jünger vertreten ihn nicht gut oder stellen ihn nicht richtig dar. Aber man findet das alles nicht im Leben Jesu. Man findet es aber bei den Eltern von Jesus, wo er mit zwölf Jahren im Tempel vergessen wird und dann sagen die Eltern, wieso hast du uns sowas angetan? Und Jesus sagt, was habe ich euch angetan? Ist es nicht das, dass ich im Hause meines Vaters sein muss? So, sie haben sich selbst etwas angetan, aber sie meinen, es war Jesus, der ihnen das angetan hat. So, in unseren Unzufriedenheiten mit anderen müssen wir verstehen, den Grund unserer Unzufriedenheit. Sind wir unzufrieden mit der Person, sind wir sicherlich im Irrtum. Sind wir unzufrieden mit der Situation und nehmen wir sie nicht auf uns gerichtet, sondern an uns heranführend, als eine Herausforderung, um es gut zu meistern, dann sind wir nicht im Irrtum. Dann können wir durch die Weisheit, die wir von Gott haben, hilfreich dem Anderen in seinem Konflikte sein und wir sind nicht die, die für uns streiten und uns rechtfertigen. Nun, beide Dinge auseinanderzuhalten ist nicht leicht. Es ist einfach nicht einfach und ich möchte sagen, ohne den Geist Gottes in unserem Herzen, ohne die Wahrheit wohnend in uns, ist es unmöglich, dass wir dieses Detailwerk auseinanderhalten. Dass wir sehen, dass wenn andere Falsches tun, sie es nicht uns antun. Nicht uns antun. Sie tun es sich selbst an. Also können wir da sein und ihnen helfen und nicht es sehen als gegen uns. So, wenn Kinder ungehorsam sind, wenn Menschen ihren eigenen Willen durchsetzen, dann ist es nicht, weil sie gegen uns sind, sondern weil sie im Irrtum ihres Geistes verdunkelt sind und etwas tun, was nicht richtig ist. Und da müssten wir als weise Menschen, als die, die von Gott gelernt haben, in der Lage sein, zu helfen, so wenn wir dazu gerufen werden. So, lasst uns diesen einen Punkt hier abschließen und beenden. Er ist mir sehr wichtig. Wenn ich im Streitfall bin, bin ich im Irrtum, wenn ich mich ärgere über die Person, bin ich im Irrtum. Die Lösung, die Lösung aus dem Streit rauszukommen, ist, mich zu verändern. Mich zu verändern. Ist das nicht gut? Ist das nicht schön? Wir müssen und können damit wie viele Konflikte bewältigen? Wie viele Konflikte sind somit unmöglich zu bewältigen? Sie sind alle bewältigbar. Weil ich nicht mehr drin bin. Ich bin nicht mehr im Streit. Damit bin ich außerhalb der Gefahr, mich selbst krank zu machen. Ich bin außerhalb der Gefahr, Gewalt in mir anzuwenden, ob durch nach innen oder nach außen. Ich bin ein freies Wesen. Wenn ich im Streite es nicht mehr persönlich bin. Wenn ich nicht mehr drin bin. Somit ist durch Gottes Gnade jeder Streit beendbar, jeder Konflikt lösbar. Weil es braucht nur eine Person ihn zu lösen und das bin ich. Wenn wir das verstehen, dann können wir einen ganz großen Schritt im Leben vorwärts kommen. Das können wir nur durch den Erlöser, durch die Weisheit, die uns in der Heiligen Schrift offenbart wird. Das können wir nur durch eine Kraft, die wir von ihm nehmen, der Unterscheidungsfähigkeit. Deshalb haben wir in den letzten Lektionen gesehen, wie wichtig es ist, fähig zu sein, zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Der, der streitet mit einem anderen, der, der unzufrieden ist um einen anderen, für einen anderen, wegen eines anderen, der ist im Irrtum, weil er nicht an der Sache arbeitet, sondern auf einer persönlichen Ebene. Und das ist nicht leicht zu unterscheiden, ohne Gottesgeist sowieso nicht. Ohne Gottesgeist kann man jeden Menschen in einen Streit bringen. Und in dem Streit wird er sich selber wehtun und wenn er noch handgreiflich wird, auch anderen körperlich. So, im Streitfall muss ich nur mich verändern. Weißt du das nicht gut? Das gibt uns eine Perspektive der Lösung. Und jeder Streit, der lösbar ist, ist nicht mehr so schwer. Weil der Konflikt ist deshalb so schwer, weil wir meinen, er ist nicht lösbar. Weil wir meinen, der Streit ist nicht behebbar. Aber der Streit ist behebbar. Er ist zur Seite legbar, weil es nur an mir liegt, wie ich ihn betrachte. Und betrachte ich ihn mit dem Wahrheitsauge, dann werde ich in den Streit um mich nicht mehr eingehen. Und lasst uns das einsinken in unsere Herzen und lasst uns es uns aufschreiben in unserem Verstand. Wenn ich mich befinde mit jemandem im Streit, dann bin ich im Irrtum. Ich will mit niemandem mehr streiten. Dann, wenn ich nicht mehr streite, bin ich frei vom Irrtum meines eigenen Herzens. Es mag sein, dass ich richtig urteile, was der andere tut. Aber wenn ich streite, bin ich ein Gefangener meines Irrtums. Eines der Dinge, die wir im Streit betrachten müssen, ist, wir können es nennen, die sachliche Ebene. Aber bevor ich so auf eine pure sachliche Ebene komme, kommen wir doch noch immer auf eine rechthaberische Ebene. Wir haben ja in unserem Glauben Lehren. Und wir haben diese Lehren aus dem Wort. Aber wir merken, dass man Lehren nicht wirklich als, ich sage es mal, Doktrinen festsetzen kann, weil die Meinungen der Menschen weit auseinander gehen. Und so haben wir heute, obwohl wir versuchen, in unserer Gemeinde oder auch in anderen Kirchen, es ist letztendlich egal, welche Kirchengemeinschaft, welche Regeln, sie alle haben Regeln und Lehren, wo man zustehen soll. Und man merkt, dass diese Lehren in der eigenen Kirche nicht einheitlich sind, obwohl man sie alle einheitlich, sage ich mal, zumindest nach außen manchmal anerkennt. So, der Streit um eine Lehrmeinung, woher entsteht er? Entsteht er aus der Sache oder aus der Rechthaberei? Woher entsteht der Streit an der Lehrmeinung? Und ich muss sagen, hier bin ich sehr anfällig, weil ich von Kind auf immer zur Lehre stand und ich habe von Kind auf mich beschäftigt mit der Heiligen Schrift und mit den Lehren der Heiligen Schrift. Und wenn jemand eine andere Meinung ist, wie ich es bin, dann möchte ich und dann habe ich diesen Impuls in mir, dem anderen das doch klar zu machen, dass er im Irrtum ist. Und ich im Recht. So, wenn ich Dinge lese, die dem Evangelium widersprechen, dann ist das eine Wunderstelle in mir, die mich erregt. und sehr häufig erkenne ich nicht die zwei Ebenen und streite mit der Person und nicht mit der Sache selbst. So ärgere ich mich über den Schreiber, der das schreibt, so ärgere ich mich über den, der das zulässt, der das schreiben lässt und ich bin derjenige, der das Opfer ist des Irrtums seines eigenen Geistes. Ich habe viele Kämpfe gekämpft in meiner Vergangenheit um der Wahrheit willen. Als ich noch Student war, kämpfte ich, um den Menschen den Sabbat zu erklären, denen, die nicht meines Glaubens waren. und in all diesen Kämpfen kam ich nicht weit. Als einige unserer Pflegekinder uns mich konfrontierten, dass es keinen Gott gibt oder dass ich weiß nicht, mit welcher Lehre, mit Evolution, dann war ich im Kampfgeist, um ihnen beizubringen, dass ich recht habe. Und es war nicht eine sachliche Sache, es war ein Streit. Man will den anderen zwingen, seine Meinung zu haben. Und in meiner Gemeinde habe ich häufig gestritten über das Thema der Natur Jesu. Und manchmal, wenn es so ein Thema aufkommt und ich sehe den Irrtum bei den anderen, bin ich sehr in der Gefahr, mich zu erheben und mit ihnen zu streiten. aber dann, wenn ich dieses Gefühl habe der Unruhe, dann weiß ich, das kommt von einem nicht klar denkenden Geist. Und so bin ich manchmal betrogen, trotz dieses unguten Gefühls und dieser Erkenntnis, dass es mein Irrtum ist, dennoch dem anderen jetzt das Ding doch beizubringen. So, das ist eine große Not. Wir streiten über eine Leermeinung, über eine Idee. Und ich denke, der Ursprung auch dieses Streites ist nicht aus der Wahrheit, sondern kommt aus dem Irrtum unseres Geistes. Und wo liegt dieser Irrtum und wo muss er behoben werden? Er ist ganz klar, das blinde Auge, das wir haben, das uns zum Bösen führt, das uns zum Streit führt, Gott. Dieses Auge hat in sich die Idee, wir alle kennen, ich bin Gott. Damit muss es herrschen. Ich muss über andere herrschen. Die Streitereien, die in uns aufkommen, haben vor allen Dingen diesen Aspekt in uns. Ich muss dich beherrschen und wenn es nur im Recht haben ist, habe ich dich beherrscht, habe ich dich besiegt. So der Kampfgeist im Menschen entsteht aus der Herrschsucht. Deshalb wenn ich im Umgang mit Streit um Lehrmeinungen muss man in der Lage sein, zur Wahrheit zu stehen, ohne dem Anderen die Wahrheit aufzwingen zu müssen. Die Wahrheit ist da. An der Lehre ist nichts zu rütteln. Aber an meiner Haltung, wie ich umgehe damit, da liegt der Wurm drin, da liegt der Irrtum drin. Andere Menschen dürfen falsch liegen. Andere Menschen dürfen die falsche Lehrmeinung haben. Sie dürfen den falschen Weg gehen. Ich sehe nirgendwo, dass Jesus sich gestritten hat um der Lehrmeinung. Er hatte einen klaren Weg, den ging er, aber er hat nicht versucht, den Menschen, seine Mitmenschen zu zwingen, die Lehrmeinung anzunehmen. So hat man eine klare Lehre. Weiß man den Weg, so wird man ihn gehen, aber man wird nicht im Irrtum sein, jemandem sie aufzuzwingen. eine sehr große Gefahr, wenn wir heute sehen, in unserer Gemeinde, wie man streitet, wie Dinge und Meinungen hin und her gesendet werden, wie gestritten wird, dann versteht man, dass man falsch ist. Es nimmt mir niemand meine Position, wenn ich dem anderen erlaube, falsch zu sein. Es geht mir nichts verloren, wenn ich niemandem was aufzwingen muss. Der andere darf an die falsche Natur Jesu glauben, wenn er das will. Und er darf im Irrtum sein, wenn er das besser nicht versteht. Und wenn ich wirklich mich um ihn kümmern und ihn gern habe, dann werde ich einen Weg finden zu seinem Verstand, zu seinem Herzen. Aber ich werde ihn nicht finden in der Auseinandersetzung. Ich werde ihn nicht finden in der Diskussion. Nie. Deshalb diskutieren bei Lehrmeinungen ist absurd. Diskussionen sind eine Ablenkung. Ich möchte nicht, dass wir verwechseln, diskutieren und forschen. Forschen gemeinsam wäre super. Würden wir uns versammeln, wenn wir unterschiedlicher Meinung sein und sagen, wir wollen uns unter Gott stellen und forschen, dann wäre das eine wunderbare Sache. Aber letztendlich tun wir das nicht. Wir kommen, um zu diskutieren. Jeder bringt seine schon geforschte Meinung mit. und man will einen vielleicht Konsensus erreichen oder einen Kompromiss. Ich denke, die Wahrheit kennt keinen Kompromiss. Die Wahrheit, die im Gesetz Gottes ist, ist immer absolut. Sie ist nur frei. Jeder darf sie tun oder nicht tun. Und wer sie nicht tut, der kommt eben in die Folge davon. Und wer sie tut, hat auch eine Folge. Der eine das Leben, der andere den Tod. Je nachdem, was er tut. So, lasst uns ablegen die Methode der Diskussionen im Streit. Sie sind sinnlos. sie machen die Fronten härter. So, Lehrmeinungen, jemandem sie aufzwingen, diskutieren, Diskussionen sind falsch. so, keiner darf sich vorstellen, wenn er diskutiert, dass er dann gewinnt. Ich habe mit meinen Kindern das häufig getan und ich habe immer verloren. Das heißt, wir haben immer alle verloren. Wir müssen um einen Lehrmeinungsstreit zu beenden, ist eine gute Methode, zusammen zu forschen. Ergebnisse vorzutragen, wenn man sich alle unter Gottes Willen tut. Aber letztendlich muss jeder selbst wissen und sich seiner Meinung gewiss sein, weil er muss sie folgen, er muss sie umsetzen, niemand anders. so ich hoffe, dass wir diesen zweiten Punkt in der Essenz angesprochen haben. Keinen Streit um Lehrmeinungen im Sinne dessen, dass wir sich jemand aufzwingen. Niemand kann unsere rauben, also können wir so wie Christus demütig sein, weil kann uns niemand unseren Glauben nehmen. Die Gefahr ist, dass wir wollen, die anderen dazu zu zwingen und wenn wir sie zwingen wollen, sind wir im Streit, sind wir im Irrtum und diskutieren bringt nichts. Dann gibt es die andere Streitsache, wo jemand tatsächlich dich einem etwas stiehlt, wo man Unrecht zugefügt bekommt. Wie soll man damit umgehen? Wie soll ich umgehen, wenn jemand mir mein Auto gestohlen hat, zerkratzt oder wenn der Nachbar immer an mein Grundstück oder mir auf mein Grundstück verweist, was tut? Wie soll ich umgehen dort, wo man mich vielleicht verleumdet, wobei das ist wiederum mehr auf der geistigen Ebene? Wie soll ich umgehen im Streit, wenn der Partner mich betrügt? Wie soll ich diese Dinge erledigen, ohne zu streiten? Und ich denke, auch hier gibt es eine klare Lösung, wenn in unserem Geist die Dinge klar sind. Und diese Lösung ist die Erkenntnis der Wahrheit, ist die Erkenntnis, die Sache von der Person zu trennen und sachlich vorzugehen. In Israel gab es die Einrichtung der Richter. Sie waren meistens die Höchsten im Volk und der höchste Richter war letztendlich der König. Es gab auch kleinere Richter, aber schwere Fälle wurden vor den König gebracht. In dem Volk Israel noch bevor sie Könige hatten oder auch einen souveränen Richter, wie wir sehen im Buch der Richter im Lande Kana, nachdem sie eingezogen waren und Joshua gestorben war, da hatte Gott die Leviten und die waren aus dem Levy und die Priester eingesetzt. Sie sollten die Schlichter sein. Im Streit. Und so war es möglich, wenn sachliche Dinge oder was auch immer passiert, wenn jemand einen Totschlag oder wenn irgendwas passierte, musste es vor den Richter gebracht werden. Und hier vor dem Richter entschied dieser die Sache. Und im fünften Buch Mose in Kapitel 17 und 19, wenn ihr es lest, sobald ihr es sehen, das letzte Wort im Streitfall hatte der Richter. Dann war alles und sollte alles beendet sein in der Sache. Und das war eine gute Einrichtung. So haben wir auch in jedem Staat heute ein Gesetz und wir haben Richter. So ist es grundsätzlich nicht falsch, wenn man angegriffen wird, wenn einem Unrecht angetan wird, dieses vor einen Richter zu bringen, der über die Sache entscheidet. Er ist unbefangen, sollte unbefangen sein und soll sachlich an das Werk herangehen. Aber damit bin ich aus dem Streit ja draußen, weil ich übergebe es einem anderen. So hat Gott das eingerichtet, dass ja, man muss in einer Gesellschaft die Elemente, die Böses tun, haben, wie man sie ausgrenzt, wie man sie aus dem Volk tut, wie das Gott häufig gezeigt hat im Volk Israel, weil sie nicht dazu gehören können, wenn sie so etwas tun. Aber diese Autorität war gegeben einer Institution, wenn ich so will, die natürlich von Menschen besetzt war, aber diese Menschen handelten als sachliche Arbeiter und nicht als persönliche Agenten, wenn ich so will. Im Streit ging es nicht um sie, es ging nur um die Sache und wenn sie sie beendeten, dann war der Streit geschlichtet. So denke ich, müssen wir, wenn wir zu Unrecht etwas leiden oder wenn uns was angetan wird, müssen wir zwei Dinge tun. Wir müssen als erstes wissen, wenn ich mich über den anderen ärgere, dann ist etwas in mir falsch. Ich muss wissen, es muss um die Sache gehen und die Sache gehört nicht mir, sie gehört Gott. Und ich muss wissen von Gott, wie soll ich jetzt umgehen? Ist dieses eine Sache, die man hat heute in der Staatsanwaltschaft den Grundsatz, ist es öffentlichkeitsrelevant? hat es ein öffentliches Interesse, das heißt, betrifft es mehrere Menschen diese Sache oder ist es etwas Versöhnliches? Und so macht man hier einen Unterschied, den ich für klug halte. Den müssen auch wir in unserem, wenn uns jemand Unrecht tut, erwägen. Hilft es dem anderen, wenn ich zum Gericht gehe oder nicht? will ich mir helfen, will ich der Sache Gerechtigkeit tun, dem anderen helfen, was ist die Motivation meines Handelns? Und handle ich aus der Motivation heraus, dass ich sage, okay, diese Sache hat eine Konsequenz für sein Leben und hat ein öffentliches Interesse, weil es nicht etwas ist, worüber man leichtfertig hinübergehen soll und er soll einfach davon kommen und es nicht lernen, dann denke ich, ist es berechtigt, dass man etwas unternimmt. Ist es aber, geht es aber, eine Sache, die eher persönlichen Charakter hat, die jetzt nicht wirklich, sage ich mal, da muss ich nicht darum kämpfen, dem anderen zu helfen, dass es ein Irrtum erkennt, dann sagt die Schrift, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen, das heißt, warum lasst ihr euch nicht lieber im Minus sein, weil es ist ja letztendlich nicht eure Sache, es ist Gottes Sache. So, nicht jeder Streit, nicht jede Sache, die man uns antut, ist eines Mediators notwendig, eines, zu dem ich hingehe und sage, okay, schlichte den Sachverhalt, weil ich, es ist notwendig, dass hier in der Sache eine klare Stellung herrscht. Nicht alle Streite sind notwendig, dass sie von einem Richter geschlichtet werden. und da sollten wir überlegen. Die Bibel sagt uns, dass wir, wenn wir Streit unter uns Geschwistern haben, sollten wir nicht zu einem anderen Richter gehen. Wir haben natürlich in der Gemeinde, da könnten wir doch auch zu schlichten gehen, dass man der Sache abhilft, aber wenn man vor andere Richter geht, dann bringt man der Sache Gottes das Schaden größer, wie wenn man selbst diesen Schaden erleidet und in dem Schaden bliebe. So, dieser Punkt, denke ich, ist uns klar geworden, dass wir in den Dingen, wo man uns sachlich etwas macht und tut, wir einen Schritt gehen können, das ist nicht falsch, die Sache muss erledigt sein, wir können nicht die Augen zudrücken, wenn Unrecht geschieht, wenn es, ich sage jetzt mal in dem Sinne, ein menschliches öffentliches Interesse hat, sollten wir den Schritt unternehmen, aber diesen Schritt müssen wir unternehmen, ohne, dass wir innerlich erregt sind. ohne, dass es um uns geht, da müssen wir sehr deutlich sein, okay, hier geht es nicht um mich, hier geht es nicht um meinen Verlust, um meinen Schaden, hier geht es um Gottes Schaden und hier geht es darum, dem anderen zu helfen und der Sache zu dienen. Ich sprach vor kurzem mit einer Frau, die von ihrem Mann schon seit fünf Jahren geschieden ist. Sie ist 45 Jahre alt und sie ist depressiv, sie weint viel und ihr Mann hat sie quasi mit 40, sie sagte, das war hinterhältig, er hat ihr Haus gebaut und hat sie dorthin umgezogen mit ihren zwei Töchtern und dann hat er sich von ihr verabschiedet und lebt jetzt mit seinen Freundinnen entfernt von ihr. Und hier ist jetzt diese Frau und sie leidet. Sie hat, was mir auffiel während des Gesprächs immer noch ihren Ehering an. Und so habe ich mich gefragt, wieso hält man einem Ehering fest fünf Jahre nach der Scheidung? Und ich denke, hier über ja, wie soll ich sagen, kommen zwei Ebenen durcheinander. die Frau kann es nicht lassen, dass ihr Mann sie verlassen hat. Sie kann es nicht verstehen und sie hält an ihrem Mann fest. Und ich habe sie gefragt, würde sie ihn denn wieder zurücknehmen, wenn er käme? und sie äußerte, so wie er ist, jetzt will ich ihn nicht haben, aber wenn er sich ändert, dann will ich ihn haben. so, sie ist in einem Irrtum in ihrem Geiste, nicht wahr? Sie kann nicht die zwei Sachen trennen. Ihr Leben und die Ehe sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber sie hat jetzt ihr Leben abhängig gemacht von ihrem Ehemann. Und so, wenn der weg ist, ist sie in einem furchtbaren Konflikt mit ihm und ihre Töchter sagt, sie leiden und er hat uns allen geschadet. Und die Frau versteht nicht, dass sie sich selbst und ihren Töchtern schadet, in der Art und Weise, dass sie nicht zwei Dinge unterscheiden kann. Die persönliche Ebene, ja, es ist falsch, was der Mann tut. Und die Scheidung ist eine richtige Folge dieses Handelns, weil man kann nicht zu dritt oder zu viert in einer Ehe leben, im Sinne von mehreren Partnern. Die Ehe ist gemacht für zwei Partner und für die Kinder und nicht für einen dritten oder also eine dritte Person. Deshalb sie hält dann etwas fest, was schon richtig wäre, dass es so ist, wie es ist, erledigt. Wir können niemanden halten, also sollte sie fähig sein, anzuerkennen, die Sache, die Ehe ist zu ändern. Aber mein Leben, ich kann ihn weiter lieben, aber ich brauche nicht mehr und ich will es so nicht mehr, weil es der Sache nicht dienlich ist. Auch wenn der Mann zurück käme, wäre es nicht dienlich, ihn aufzunehmen. Es wäre nicht gerecht, würde ich sagen. Es würde der Sache nicht helfen. Deshalb ist es wichtig, dass wir zwei Dinge voneinander unterscheiden können. Es ist falsch, was der Mann tut. Die Ehe ist gebrochen, aber die Ehe ist eine Institution. Sie ist nicht eine Person. Sie wir leben in der Ehe, wir leben nicht von der Ehe. Also könnte diese Frau frei sein und ihr Leben genießen, auch ohne diesen Mann. So weiss nicht, ob das Beispiel ziemlich klar war von dem, was ich sagen wollte. Wir haben also zusammenfassend mehrere Möglichkeiten des Konfliktes. der Ursprung auf der inneren Ebene, auf der persönlichen Ebene ist immer unser eigenes Ich, ist immer unser Irrtum, ob das jetzt in einer richtigen Sache ist, wo ich streite, ob das ich mich nur rechtfertigen will, was auch immer es ist. der Streit führt zu Krankheit und zu Verlust, er kommt nicht von Gott. Ich muss in manchen Dingen, wo es sachlich ist, muss ich eine Stellung annehmen, ich muss zu einer Sache stehen, aber ich muss es unpersönlich tun, weil es nicht um mich geht. Ja, das ist so wie der Diener des Herrn. Wir arbeiten für Gott, wie Paulus es tat, und dennoch war das nicht seine Arbeit, er handelte nur im Auftrag. Und das ist so schwer für uns zu unterscheiden. Deshalb brauchen wir den Geist Gottes, der uns hilft, der uns das Licht bringt, der uns zeigt, die Situationen im Konflikt und uns hilft, sie überstehen und uns hilft, dann mit der Sache sachlich umzugehen, richtig und klar zu denken und entscheiden und aufgrund dieser Klarheit dann frei zu sein von einer persönlichen Haltung Haltung Anderen gegenüber. Es wäre viel zu sagen über den Umgang mit Streit. Ein paar Ideen noch zur Wiederholung diskutieren hilft nicht. Argumentationen sind meistens unsachlich und nicht dienlich. Denke, das Erste, was wir tun können in einem Streit ist uns selber aus ihm erstmal zu befreien und dann können wir in Ruhe mit der Sache umgehen, weil mit der müssen wir auch umgehen können, aber dann gehen wir um wie mit einer Sache des Herrn, wie mit etwas, wo wir im Auftrag handeln, da geht es nicht mehr um uns und auch wenn wir da in einem Streitfall wären, wären wir persönlich nicht im kommen muss der Weise Jesus war nie im Streit mit Judas er nannte ihn immer Freund er liebte ihn über alles und wie sollte er ihn als Feind sehen so auf diese Art und Weise müssen wir lernen mit unseren Mitmenschen umzugehen die uns auch verraten die uns hinterher Weltig kommen und uns anscheinend Dinge antun so müssen wir mit ihnen umgehen damit wir frei werden aus dem Irrtum unseres Geistes jeder Streit ist lösbar wenn ich nicht mehr in ihm stecke wenn es nicht mehr um mich geht dann bin ich draußen das ist das Ziel des Umgangs mit Streit dahin will ich kommen und ich hoffe du auch Amen bis von so er auch auf dem wurde Untertitelung des ZDF, 2020